Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ultima 7, die Schlangeninsel. Ich war gerade ein bisschen irritiert, weil hier jemand Dieb gerufen hat. Aber wir haben doch nichts mitgenommen. Was hast du denn für ein Problem mit uns? Ich muss euch bitten zu gehen. Ja, aber wir haben nichts mitgenommen, wirklich nicht. So, hallo, ich bin Andrium. Ich habe noch niemals Nicht-Eingeweihte getroffen. Bitte erzählt mir alles über eure Reisen und Abenteuer. Abenteuer? Oh ja, bitte. Ich würde sehr gerne von euren spannenden Abenteuern hören. Während meines Magiestudiums habe ich kaum Zeit, eigene Expeditionen zu planen. Äh, Magiestudium? Ich arbeite daran, ein großer Meister zu werden. Eines Tages hoffe ich, dass ich so großartig sein werde wie Meister Philbersio. Natürlich weiß ich, dass eine solche Expertise einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber ich habe die erforderliche Disziplin. Fragt Frehli, wenn ihr mir nicht glaubt. Er wird euch sagen, dass es stimmt. Ja, der ist schon so ein bisschen von sich selbst eingenommen. Erzähl uns was über Expeditionen. Nun, es ist mir unangenehm zuzugeben, dass ich nur wenig von dem Land gesehen habe. Im Gegensatz zu euch bin ich kein erfahrener Reisender. Es gibt so wenig, was ich über meine Umgebung weiß, außer wie ich sie mit Magie manipulieren kann. Ich habe keine Ahnung, wie es ist, täglich mit Gefahren konfrontiert zu werden. Jedenfalls keine so großen und tödlichen wie jenen, denen ihr Tag für Tag gegenübersteht. Vergleich dazu ist mein Leben von Langeweile erfüllt. Ähm, Langeweile? Ähm, was hilft uns das jetzt? Und wieso beleidigt? Ja, aktuell spricht er noch nicht mehr mit uns. Ähm, dann erzähl uns was über Tourisium. Er ist ein sehr versierter Magier, der die Kräfte der Lebensmagie beherrscht. Eines Tages, wenn ich weniger Angst vor seiner rauen Art habe, plane ich, ihn von seiner Hilfe bei meinem Fleisch zu Holzverwandlungszauber zu bitten. Mir wurde gesagt, dass er schon einmal etwas Ähnliches mit Stein gemacht hat. Äh, etwas Ähnliches? Fredi erforscht einen Zauber ähnlich wie meinem, aber mit Stein anstelle von Holz. Die Gäste des blauen Ebers schlugen vor, dass wir Tourisium wegen der Verumwandlung solcher Dinge ansprechen, denn sein Arcana-Fokus liegt auf der Lebensmagie, welche auch die Umgestaltung von Fleisch in andere Materialien beinhaltet. Ich glaube, das war der, der in dem Haus mit dem, ja, Gewächshaus lebt. Das passt dann. Erzähl uns was über Fleisch zu Holz. Ja, mein Lord, dieser Zauber wird die Haut eines Kriegers verändern und sie so hart wie Holz machen. Auf diese Weise benötigt ein Kämpfer weniger Rüstung, um Treffern zu trotzen. Mein größtes Hindernis im Moment ist, wie man dem Kämpfer erlaubt, sich zu bewegen, sobald sein Fleisch sich zu Holz verfestigt hat. Hast du denn wirklich schon mal probiert? Und für Bersium? Er ist der Magierfürst von ganz Moonshade. Es gibt Gerüchte, dass er noch nie einen Magier gegeben hat, der mächtiger war. Nicht einmal der Tollmagier. Hm, den Tollmagier, da wollen wir eigentlich hin. Sein Name ist Erstham. Er war einer der Gründer von Moonshade. Unsere Lehrmeister behaupten jedoch, dass er mit zunehmender Macht allmächtig verrückt wurde. Schließlich verließ er die Stadt, um weit weg von unseren anderen Zauberern zu leben. Ja, weil er auch ein bisschen paumiert wurde. Sie sagen uns, dass dasselbe auch uns widerfahren könnte, wenn wir zu früh nach zu viel Macht trachten. Ich frage mich, ob das jene zwei Magier dazu veranlasst hat, in die Berge der Freiheit zu fliehen. Welche zwei Magier? Meine Güte, ich hoffe, das passiert mir nicht. Welche zwei Magier? Ich erinnere mich nicht an ihre Namen, aber sie hatten den Ruf, ungewöhnliche Experimente durchzuführen, insbesondere mit Reagenzien. Jemand sagte mir einmal, dass sie ständig nach immer mächtigeren Substanzen suchten, die ihre Magie unterstützen. Okay. Berge der Freiheit? Sie liegen im Norden der Insel. Ich habe gehört, dass die Höhlen von dort mit dem seltenen Mineral gefüllt sind, das als Herzstein bekannt ist. Ich bin sicher, dass jemand, der so mutig wie ihr es seid, eines Tages dorthin gehen wird, um herauszufinden, ob es an dieser Legende etwas dran ist. Bitte versprecht mir davon zu erzählen, wenn ihr von einer solch großartigen Exkursion zurückkehrt. Ja, da gehe ich auch davon aus, dass wir da irgendwann mal hin müssen. Ihr werdet mir doch berichten, oder nicht? Klar werden wir das. Wunderbar, mein Lord. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Geschichten von euren Reisen zu hören. Dann erzähle uns was über deinen Kollegen Frehli. Er ist mein Freund und Kommilitone. Wir sind schon sehr lange befreundet und er beherrscht die Magie fast so gut wie ich. Fast? Nun, besser. Du hast sie noch nicht mehr alle. Dann hört mit dem Gezänk auf, Jungs. Ihr habt natürlich recht, mein Lord. Es tut mir leid. Äh, ah, ja, mein Lord, mir tut es ebenfalls auch richtig leid. Wie kann ich euch sonst noch behilflich sein? Äh, gar nicht mehr. So, Frehli? Seid ihr der große Held aus einem fernen Land? Oh, mein Name ist Frehli. Ich freue mich, euch zu treffen. Ähm, klar sind wir ein Held. Ich weiß, dass ihr an vielen kühnen Unternehmungen beteiligt wart. Ich will unbedingt alles hören. Das Leben ist hier so trist. Ich habe nichts anderes als mein Studium der Magie, das mich interessiert. Dann erzähl uns was über das ferne Land. Ich habe gehört, dass ihr eine lange Reise auf euch genommen habt, um hierher zu kommen. Wenn ihr die Zeit habt, würde ich gerne Geschichten über eure Heimat hören. Ähm, wir sollten besser nichts von laut britisch erzählen. Erzähl uns was über Drist. Hier in Moonshade passiert nie etwas. Zumindest nichts, was mit euren faszinierenden Unternehmungen mithalten könnte. Ich würde wetten, dass nicht einmal Phil Bersel so viel gesehen hat wie ihr. Ja gut, wenn hier die Magie die Stadt in Schutt und Asche legt, dann passiert hier schon was. Aber okay, erzähl uns was über dein Studium. Nun, ich liebe die Magie und so, aber es dauert einfach zu lange. Ich lerne seit Jahren und man sollte eigentlich annehmen, dass ich mittlerweile zu den Meistern gehöre. Ich glaube, dass es einfach nicht gerecht zugeht. Dieser Reisende zum Beispiel brauchte keine Unterweisung. Er bezahlte Torisio einfach und war wieder weg. Für was hat er ihn bezahlt? Ähm, Reisende? Ich hatte keine Gelegenheit, ihn zu treffen, aber diejenigen, die ihn kennengelernt hatten, nannten ihn Badlin. Er war nicht lange hier und ging in Eile, aber ich hörte, dass er Zaubersprüche von Torisio gekauft hat. Aha. Ähm, Torisio? Ich habe gehört, dass Torisio ziemlich gemein sein kann. André hat jedenfalls Angst vor ihm. Das weiß ich sicher. Habe ich nicht. Hast du wohl. Das ist eine Lüge. Außerdem hast du auch Angst vor ihm. Das ist, äh, überhaupt nicht wahr. André würde vor 9 Uhr morgens nicht einmal sein Haus passieren. Wieso gerade um 9 Uhr? Dann verlässt er sein Laboratorium, um in die Stadt zu gehen. Also das hat man uns jetzt schon zweimal erzählt. Also sollen wir wahrscheinlich irgendwas in seinem Haus mitgehen lassen. Dann erzähl uns mal was über Magie. Ich will nicht unverschämt erscheinen, mein Lord. Ich finde es ein sehr faszinierendes Thema. Ich könnte Tage damit verbringen, brillante Lichtblitze zu erzeugen, Steine mit meinen Gedanken zu bewegen und Tiere aus dem Nichts herbeizurufen. Es sind die Arkanen-Künste, denen mein Interesse jeden Tag aufs Neue gilt. Ich würde noch gerne einfach schon weiter in meinem Studium sein. Dann erzähl uns was über Philbersium. Der Magierfürst? Er ist der größte aller Zauberer. Das habe ich zumindest gehört. Er regiert mit freundlicher, aber strenger Hand. Natürlich würde ich nicht auf seine Freundschaft vertrauen, wenn man mich mit seiner Geliebten sehen würde. Geliebte? Es ist nur ein Gerücht, mein Lord. Aber man sagt, dass er bis in die Nacht hinein häufig in Begleitung von Frigidasi, der Herrin der Kälte, gesehen wird. Und dann erzähl uns was über Moonshade. Es wurde schon vor Jahrhunderten gegründet, mein Lord. Die Legende besagt, dass der Tollmagier selbst von einem weit entfernten Ort hierher gekommen ist und das Land in Besitz genommen hat. Da hat er recht. Er kam von dem weiten Land zu Saria. Beziehungsweise jetzt Britannia. Dann erzähl uns was vom Tollmagier. Sein wahrer Name ist Erstham. Er wird der verrückte Magier genannt, weil er vor vielen Jahren wie ein Verrückter aus der Stadt geflohen ist, um unsere Zivilisation zu verlassen. Niemand weiß wirklich, warum er gegangen ist. Aber einige, die dabei waren, behaupten, er habe vage Andeutungen wegen der kleinkarierten Gezängs der Städter gemacht. Ja, oder er war einfach Paunoid. Dann mal lebe wohl, mein Junge. Dann schauen wir weiter. Gibt es hier noch irgendwas von Interesse? Könntest du uns mal bitte nicht die ganze Zeit hinterherlaufen? Wir klicken mal auf die Kugel und sehen die Planeten und Sterne. Das hat man in Teil 1 ja auch irgendwo mal gesehen. Okay, das hat jetzt nicht so wirklich geholfen. Und ja, Dupree, du bist echt ein spaßiger Vogel. Brigios Bruch der erstaunlichen Dinge Eine Zusammenstellung interessanter Gegenstände magischer und weltlicher Natur von Brigios Moonshade. In diesem Band sind einige der vielen faszinierenden Dinge zusammengestellt, die ich bei meinen Recherchen gefunden habe. Diese Gegenstände reichen von interessanten Anwendungen für alltägliche Gegenstände bis hin zu faszinierenden Fehlschlägen der Magie. Zauberstäbe, ein Trio schrecklicher Waffen Die drei identifizierten Varianten des Zauberstabs scheinen alle für den ausdrücklichen Zweck erschaffen worden zu sein, den kampfschwachen Zauberer in einen kampfbereiten Automaton zu verwandeln. Und für diejenigen, die fähig sind, ihre Macht zu nutzen, keine geringe magische Leistung, aber doch einfach für jeden, der in der Lage ist, einen solchen Zauberstab herzustellen, sind sie möglicherweise die beeindruckendsten Waffen ihrer Größe. Feuerstab Dieser Feuerstab löst ein Geschoss flammenden Todes aus. Alle bekannten Texten zufolge wurde das Gemetze, welches der Stab veranrichtet, erstaunlich genannt. Blitzstab Die Wirkung des Blitzes dieses Stabes ist genauso verheerend wie die seines Gegenstücks, dem Feuerstab. Allerdings, so einer seiner Befürworter, sehen die Leichen viel weniger anstößig aus und riechen weniger streng. Ähm, okay. Ich glaube, das ist das Ding, das wir haben. Inbegriff der Zerstörung Dieser Langstock, der explodierende Feuerbälle schleudert, die tatsächlich ein Ziel suchen, ist vielleicht die tödlichste aller magischen Waffen. Aber wie bei den meisten der mächtigen magischen Waffen, bedeutet seine begrenzte Haltbarkeit, dass er euch vielleicht im günstigsten Moment im Stich lassen kann. Und dass man die eigenen Leute, glaube ich, trifft. Ein Glasschwerter, ein historisches Erbe des Todes. Diese Einwegschwerter töten fast jede Kreatur mit einem einzigen Schlag, sind aber leider selten für einen zweiten Gegner nützlich. Ja, und von unserem Glasschwert haben wir auch noch nichts gehört. Wo auch immer es steckt. Verschiedene andere magische Waffen Im Allgemeinen kann jede Person mit einem Minimum an magischen Talent, magische Waffen, Rüstungen und andere Geräte anhand ihres pulsierenden Leuchtens identifizieren. Oft zeigt die Farbe aber noch mehr über den Gegenstand an, als das bloße Vorhandensein eines Zaubers. Zum Beispiel Kennzeichen ein grünes Feld häufig, eine Vergiftungswaffe. Dann Berstpfeile Ein Pfeil unzähliger Ziele Der Pfeil ist wie ein herkömmlicher Pfeil zu handhaben, zerspringt aber beim Aufprall ein tausendtödliches Splitter. Giftdolch Das Werkzeug des Attentäters Dieser grün schimmernde Dolch ist eigentlich der verzauberte Zahn einer giftigen Seeschlange, verbunden mit dem Griff eines normalen Dolches. Seine vergiftete Klinge injiziert ein langsam wirkendes Gift in sein Opfer, bricht aber häufig. Es ist die perfekte Mordwaffe, da der Täter lange über alle Berge ist, bevor sein Opfer qualvoll stirbt. Ja, so ein Dolch haben wir, glaube ich, im Krematorium liegen lassen. Steinhapie Unnatürliche Bestie Die Steinhapie ist die Schöpfung des vertretenen Geistes eines Magiers. Es wird behauptet, dass es durch ein sich näherndes Wesen magisch wachgerufen wird. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Und das war das Ende des Buches. Mein Notizbuch von Unbekannt Die hierin enthalten Beobachtungen basieren auf meinen Versuchen. Leser, um euretwillen und um eures Wissens willen, habe ich beschlossen, euch von selbigen zu berichten. Vor langer Zeit, als ich versehentlich auf dieser Welt landete, errichtete die hier lebenden primitiven Wesen ein Tempel für mich und meinen Wagen. Aber sie waren langweilig und ungestüm. Bald entwickelten sich die Katzen zu einer sympathischen Gruppe als alle anderen Kreaturen. Daraufhin begann mit ihnen zu experimentieren. Recht erfolgreich, darf ich sagen. Meine Vorliebe für diese Tiere veranlasst mich, darüber nachzudenken, wie ich ihre Intelligenz erweitern und stärken kann. War so dieser Katzenmann entstanden, den wir im Labyrinth getroffen haben? Daraufhin machte ich mich daran, den Kraftgenerator zu modifizieren. So begannen die Experimente. Der Generator versorgte die Katzen mit einer wiederkehrenden Lebensenergie, die nur schwer zu unterdrücken war. Die Katzen sterben, kehren aber mithilfe dieser Energie wieder ins Leben zurück. Der Nebeneffekt ist dieses seltsame Leuchten, das sie umgibt. Nach mehreren Durchläufen gelang es mir, ihr Leben bis zu siebenmal zu verlängern. So würde niemand sie wirklich besiegen können, bis zu ihrem siebten Leben. Die Quelle all dieses überschüssigen Lebens liegt im Kraftgenerator. Mache der geneigte Leser daraus, was er wolle. Dann hat das doch nichts mit dem Katzenmann zu tun. Das war ein bisschen schräg. Zu leicht. Ja, eine Schriftrolle-Übersetzung. Da hätte ich gerne Nachschub von. Der magische Kompass. Es wird erzählt, dies sei das legendäre Artefakt, welches Erstham den Tollmagier auf seiner Reise zur Schlangeninsel geleitet hat. Um ihn zu benutzen, muss der Kompass auf dem Boden platziert werden und hernach das Mandra-Elek-Ord intoniert werden. Der Legende nach wird euch der Kompass den Weg weisen, wenn ihr denn würdig seid. Was mich betrifft, so habe ich es niemals geschafft, das verdammte Ding ans Laufen zu kriegen. Daher vermache ich es dem Seminarium. Fibersu, der Magierfürst. Ist das Ding hier irgendwo? Magischer Kompass. Weil wir sind ja im Seminarium. Das ist ein Schädel. Virtuelles Adalas-Messer. Nein, danke. Zünder der Laterne. Müssen wir im Hinterkopf behalten. Also Magischer Kompass muss es hier irgendwo geben. Keine Ahnung, was wir damit sollen, aber wenn wir es hätten, wäre es doch besser, oder? Ja. So, Kräuterkammer, das haben wir jetzt schon hundertmal gefunden. Kontemplation über die Schönheit von Kalista von Thorn, die im Knast sitzt. Schönheit ist natürlich somit auch die reinste aller Tugenden. Ich glaube, das haben wir schon mal gelesen, oder? Ich glaube schon. Meine Experimente von Teldrono. Dieses Buch gehört Teldrono, dem Magier. Für euch verständiger Leser war ich auf der Suche nach dem Weg tief im Herzen der Dunkelheit. Der Weg, die Auswirkungen von blutleicht umzukehren oder sogar zu negieren, war meine Aufgabe. Herzstein ist auch in meinem Kopf. Ihr habt recht. So recht. Übrigens, lieber Leser, wenn ihr wisst, wie ihr welches bekommt, kontaktiert mich sofort. Ich danke euch im Voraus für eure Güte. Fangen wir an, denn ich verliere aus den Augen, was euch interessiert. Ihr habt keine Angst vorm Sterben, oder? Nun, dann werde ich fortfahrend euch verraten, worum es eigentlich ging. Je mehr ich damit experimentieren würde, desto näher würde ich dem Erfolg kommen. Das war meine Idee. Nun, ich muss zugeben, es hat nicht funktioniert. Blutleicht hat einige Nebenwirkungen und ich weiß noch nicht welche. Ich glaube, so ein bisschen Verwirrung. Der Kern der Sache, wenn ich es so sagen darf, lieber Leser, ist, dass ihr im Begriff seid, ein Geheimnis zu erfahren. Gleichsam könnt ihr der Dunkelheit anheimfallen. Ich empfehle euch, sehr vorsichtig zu sein. Diese Kräfte zu manipulieren, endet schnell tödlich. Im Herzen des Berges fand ich das Rot-Orange-Mineral. Ich sammelte Proben und verwandelte sie in das Verboten Reagenz. Ihr seid euch sicher, liebster Leser, dass ihr den Tod nicht mehr fürchtet? Ich möchte betonen, dass dies mich mit nichts zu vergleichen ist, das ihr kennt. Manchem Magier wurde das Leben genommen. Wie habe ich es in ein mächtiges magisches Reagenz verwandelt, fragt ihr euch? Ja, in der Tat, wie? Oh, ich erinnere mich, ihr müsst es nur zu einem feinen Pulver zerdrücken. Dann kombiniert ihr das Pulver mit frischem menschlichem Blut. Es ist so einfach. Dieses Mächtigere ergänzt so mächtig für meinen Kollegen, die dumm genug waren, ihr Leben zu verlieren, ermöglicht es euch, einige Zaubersprüche zu erschaffen. Es könnten Zaubersprüche ermöglichen, die den menschlichen Verstand angreifen, Schwerter in tanzende Tode verwandelt oder ganze Städte dezimieren. Massen-Tod. Nun denkt darüber nach. Ihr könntet Materie zerfallen lassen und sogar Blitze in eure Dienste rufen, wenn mich meiner Experimente richtig erinnere. Das ist die Kraft von Blutleich. Lieber Leser, nun seid ihr bereit, zu experimentieren oder euer Leben zu verlieren? Denkt daran, wie vorsichtig ihr sein solltet, wenn ihr es transportiert. Sichere Wege zu finden, um die Nebenwirkungen von Blutleich zu vermeiden, ist von größter Bedeutung. Mit diesem Buch habe ich euch alles an die Hand gegeben, was ihr wissen müsst. Ihr solltet auf Anfälle vorbereitet sein. Das Experiment mit Blutleich und Herzstein löst zahlreiche Störungen aus. Viele Male habe ich versucht, den Beginn der Anfälle zu verzögern, leider vergebens. Eine strahlende Zukunft scheint mir nicht vergönnt zu sein. Ich frage mich sogar, wie lange ich gesund bleiben werde. Ihr seid der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, lieber Leser. Und es ist, um euch unseren Platz einzunehmen, wenn ich weg bin. Dieses mächtige Wissen, das mühsam dem Herzen der Finsternis entrissen wurde, muss uns überdauern. Ihr sollt es weitertragen. Ja, hat so ein bisschen was von Radioaktivität, oder? Von der Beschreibung her und auch von seinem geistigen Zustand her. So, aber da war noch die Rede von diesem magischen Kompass. Gibt es den hier wirklich? So, wieder die Kräuterkammer. Nahrung erschaffen. Ja, das scheint das Schlafzimmer der Schüler vielleicht zu sein. So ein Chaos, wie hier herrscht. Wir schauen nur mal rein. Künstlermaterialien. Amulett des Schutzes. Pfeife. Leer. Magischer Kompass. Ähm. Der Automaton. Aber ja. Also wir wissen jetzt, wo der magische Kompass liegt. Das ist schon mal die halbe Miete. So, dann haben wir hier alles erkundet. Und gehen noch mal raus ans Tageslicht. So. Nächstes Haus. Hallo, Mietz Mietz. Die Katze leuchtet aber nicht. Ja, mach du mal die Laterne an. So, wo sind wir jetzt gelandet? Oh, da liegt ein grün-glitzernder Schlüssel einfach so in der Gegend rum. Äh, wir sind hier bei Stefano zu Hause. Da ist ja cool. Meeresbrandungen im Haus. Aber Stefano ist gerade nicht zu Hause. Wenn sein Automat nicht zu Hause wäre, könnte man überlegen, Schlüssel mitzunehmen. Aber nein. Mir fehlt noch so eine Aufgabe, die wir jetzt erledigen sollen. War das ein Goblin? Oh, ich glaube, wir sind bei Frigidasi gelandet. Hallo, Goblin. Kann man mit dir reden? Hallo? Scheinbar nicht. Nö, kann man nicht. Da ist verschlossen. Da drin sieht es kalt aus. Und da liegt Alrauna. Zwei. Wir brauchen vier. Da ist Eiswein. Da ist Eiswein. Ich schicke euch mal in die Pause und ich schaue mal, ob ich in der Pause den Eiswein organisieren kann. Vielleicht zählt das dann auch, wenn wir die Waldläufer nach dem Eiswein fragen, wegen irgendwelcher Informationen und so. Ich versuche es mal. Ihr müsst kein Zeuge dieses Vergehens sein. Drückt mal einfach die Daumen und bis gleich. Bis gleich.